So, wir sind schon wieder da. Ich habe gesagt, wir machen schnell einen Erfolg. Und ja, wir suchen ja immer noch hier irgend so ein, ja keine Ahnung, so ein Ding, aber wo kriege ich das jetzt her? Ja, das ist so eine gute Frage, ne? Das ist jetzt eine gute Frage hier. Mensch, ich muss mal gucken, oder vielleicht muss ich da erstmal... Ich guck nochmal runter. Ich muss ja irgendwo das Ding sein, was wir suchen hier, ne? Oder irgendwie, oder irgendwas, oder keine Ahnung, oder hast du mich gesehen? Oder irgendwie sich hier erstmal drücken bleibt. Ne. Was soll denn dieser Strom jetzt sein, dieser Kosten hier? Hä? Können wir das mal einer erzählen? Was sein soll? Kein Plan, ey. Ich habe nichts mitgebracht, ne? Hm. Geht jedenfalls nicht raus? Sehen wir auch nirgends wo was, ne? Ja, tu mal aufstocken. Scheiße, Nütze. Da muss ich das Ding finden. Da muss ich ja nochmal hoch, muss ja nochmal gucken, ne? Ich meine, ich muss ja irgendwo jetzt, dieses, ähm, diese Sicherung, oder wie auch immer, die muss ja irgendwo sein, ne? Aber wenn das jetzt war, was das hier auf dem Dach war, ne? Das ist jetzt dann... Jaja, komm jetzt, Isaac. Schon etwas täusend. Also wir müssen das Ding suchen. Und das in diesen Schneesturm, ey. So will man jetzt sein, ey. Ich muss nochmal runter. Wie sieht's denn da hinten ja aus? So, das ist dieser. Aufzug? Hm. Ist jetzt aber blöd, oder? Ja. Irgendwie das olle Ding finden hier. Was soll das denn sein? Hä? Komm mal hier. Ach, toll, oder? Das gewusst hätte. Das gewusst hätte hier. Meine Güte. Hätten wir ja dann diese... Erste Partie von... Ähm. Ist schon fertig gehabt. Ähm. Ist schon fertig gehabt. Der Ich wieder will. Soll das noch schauen. Erregulter. Erregulter. Dreck. Erregulter. Deine Linke. Der Wirkhaus. So will ich hier nicht mal seine... Seine Ruhe hat hier. Ich bin schon immer so viel. Ich bin schon immer so viel. Ich bin schon immer klar. Ich bin schon immer so... Jetzt bin ich richtig fertig. Ich bin schon ganz sicher. Was ist denn da was? Meine Güle! Das sieht leider alles aus! Oh! 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 Hm! Ist das jetzt endlich Ruhe hier oder was? Man, 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 man! Ist doch manchmal, ne? So! Hab ich jetzt endlich mal mein Teil und aufregt, wo es hingehört? Mann, man, man, man! Warte mal! Warte mal! Da dann drauf rum! Okay, jetzt aber los hier! Warte mal! Könntest du eigentlich doch vorbringen, oder? Ne, das geht gar nicht! Das wird glaube nichts werden! Warte mal! Ich will nicht, dass ich hier hoch bin! Ich will ja, dass ich hier, ähm... Was verlier, oder? Ich muss hier unten hinlegen mal! So, und geh hoch und du sie holen, oder? Wieso, ich bin sonst jetzt hier, ähm... Das machen muss ich denn jetzt! Ach, hier unten! Oh nein, was ist denn jetzt? Warte mal jetzt, oder? Also runter! Mann, Mann, Mann! Ja, leh, tut mir leid, aber... Das ist so dumm gelaufen hier mit meinem... ...Teil hier her setzen! So, jetzt auch hoch mit dir! Ach, jetzt auch nicht zu weit weg, oder? Ach, ich krieg's noch nicht zu weit weg, oder? Ja, halt, ja, Leute! Was ist denn jetzt los, hier? Ach... Ich hab vorzuhören, geht das denn nicht, oder was? Was ist denn da durch? Die gucken mir da rum! Oh Gott! Ah, das passt nicht auf den Arsch, ne? So, dick sieht's braun aus! Oh, jetzt, jetzt ist's drinne! Jawoll, jetzt ist's drinne! Jetzt schnell hier hoch! Endlich mal dieses blöde Ding mal... Endlich da hinbringen, wo's hingehört! Eieieiei! So, ich hab's endlich mal ruhig von diesen Zombies! War eh eh net müde, ey! Das würd ich mir hier... ...den Weg ohne Zombies machen können! Naja, wie's halt der ist, ne? So, ich hab's denn jetzt eben... ...das ist... ...überleben, weiß ich denn, wie sie überleben! So ist'n das jetzt hier! So ist'n das jetzt hier! So ist'n das jetzt hier! Hallo? JETZT! Perfect 2! Endlich mal ein bisschen Saft hier! Ja, nein! Okay, der Ofen ist an! Wie sieht's von dort? Ach ja, ist das schön! Komm, ich mein' nur... ...wandel da ist ja schon manchmal nicht, ne? Hier oben ist an... Dann können wir hochgehen wieder, wa? Jetzt haben die ja durch das Vieh aktiviert, ne? Sag' ich mal so! Das ist bestimmt nicht toll jetzt, denk' ich mal! Also, wenn ich's aufdauen, mein' ich... Mann, 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 Mann! Kommt, ich hab' nicht eingesprochen in der Zeit, hör'n auf euch! Ist alles in Ordnung? Sehr gut! Hey! Danke, dass du dich nicht von Morbett provozieren lässt! Er ist im Moment nicht der selbst! Na, Morbden meint nur, ich bedeute Ärger in vielerlei Hinsicht! Aber ihr braucht mich für die Mission, und darum bin ich hier! Und, naja, ehrlich gesagt, hatte ich gehofft... Ali? Ist das Isaac? Wie schön! Laudert hier nett! Ja? Er hat gesagt, dass er die Ofenanlage in Gang gebracht hat! Er ist jetzt auf dem Rückweg! Isaac? Wir sehen uns bald! Hm! So, ich würd' sagen, es hat schön gespeichert jetzt! Dann machen wir mal kurz den Cut! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Ciao!